Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich einen Sakko bzw. einen Blazer richtig zusammenfalten kannst, dass er nach der Reise sofort faltenfrei wiederverwendet werden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal halte ich meinen Sakko in der einen Hand ganz normal fest und mit der anderen Hand bilde ich schon mal so eine glatte Handfläche hier, denn mit dieser Handfläche gehe ich jetzt einfach einmal in meine erste Schulter hinein und dann schaue ich, dass ich mit meiner anderen Hand ebenfalls eine glatte Handfläche bilde und auch in das Sakko hineingehe, dass ich so das Sakko vor mir halte. Und jetzt schaue ich nämlich, dass sich meine Handflächen aneinander berühren. Hierfür klappe ich das Sakko ganz leicht nach hinten ein und schaue, dass sich meine Handflächen jetzt wirklich hier vorne schön aneinander berühren. Wenn das geschehen ist, dann greife ich mit meiner rechten Hand einmal durch das Sakko hindurch, ist leider etwas schwer zu zeigen, und halte die andere Schulter fest, sodass ich meine linke Hand hier hinten ganz normal rausnehmen kann, denn mit dieser Hand kann ich jetzt meinen Kragen so umfalten, dass dieser danach wirklich überall schön steht. Nun kommt der knifflige Teil. Ich muss jetzt hier den Kragen nämlich oben drüber geben und währenddessen auch hier unten meine rechte Hand nach hinten durchziehen. Also ich wende meinen Sakko sozusagen einmal um. Ich gehe also mit dem Kragen hier oben drüber und nehme das Innere von meinem Sakko und ziehe es auf die eine Seite um, dass dieses schon mal umgefalten ist. Wenn das geschehen ist, kann ich nämlich mit meiner rechten Hand das Sakko loslassen und nur mit der linken Hand hier oben halten. Und danach schaue ich jetzt einfach mal, dass der Kragen, also wo ich jetzt hier mit links oben auch festhalte, hier schön übereinstimmt. Ich schaue also, wo diese kleine Einkerbung von meinem Kragen ist und schaue, dass sie auf jeder Seite gleich ausschaut. Die Einkerbung hier bei meinem Kragen stimmt also wirklich bei beiden Seiten schön überein. Jetzt halte ich mit der linken Hand hier am Kragen noch fest und gebe einmal die Schultern noch einmal durch, mein Sakko hindurch und drehe somit das Ganze, um danach noch etwas fester machen, dass die Schultern wieder schön ausgeprägt sind und wir haben unser Sakko wirklich schon schön in der Hälfte geteilt, so wie es sein muss. Zum Schluss das Sakko jetzt einfach noch über die linke Hand zum Beispiel so drüber gleiten lassen, dass es einmal noch gefalten ist und somit haben wir unser Sakko auch schon für den Koffer richtig gefalten, damit es danach wieder schön faltenfrei ist. Nach der Reise müssen wir das Sakko dann wirklich nur noch am Kragen hier oben nehmen, dann wieder einmal auseinanderfalten, schauen, dass natürlich die Schultern auch wieder nach außen gehen und schon haben wir unser Sakko wieder richtig entfaltet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen hochwertigen Blazer für Frauen oder auch ein Sakko bzw. gleich einen ganzen Anzug für Herren zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellung zu einem relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also so ein hochwertiges Kleidungsstück zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mit zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.